Stubal ist der erste Zwischenstopp auf unserer Reise auf den Straßen Europas vor den Europawahlen. Hier in dieser Hafenstadt haben wir einen Hafenarbeiter, einen Schiffsbelader getroffen, der Ende letzten Jahres an einem Streik teilgenommen hat, um für einen besseren Lohn und einen richtigen Arbeitsvertrag zu kämpfen. Wir haben mit ihm auch über Europa gesprochen und darüber, was er von der Europäischen Union hält. Was er zu sagen hat, sehen Sie im nächsten Beitrag. Normalerweise setze ich mich nicht mal hin. Ich bestelle und gehe. Georges genießt die einzige Pause, die er zwischen zwei Schichten im Hafen von Stubal machen kann. Wie lange haben Sie Pause? Zehn Minuten. Und bevor sie so richtig angefangen hat, ist sie auch schon wieder vorbei, die Pause. Es ist Zeit, zurückzugehen an seinen Posten, in einem der größten und verkehrsreichsten Häfen Portugals, wo Arbeiter in einer Schicht bis zu 1200 Autos in Container verladen. Heute wird Georges zwölf Stunden hier verbringen. Es ist viel Arbeit. Wir haben die üblichen Hafenprobleme. Das ist harte Arbeit, eine sehr körperliche Arbeit. Auch wenn manche Leute was anderes denken. Im Durchschnitt arbeitet Georges 35 Schichten pro Monat für 1400 Euro. Und er sagt, dass die Dinge deutlich besser geworden sind, seit er letzten Dezember einen Vertrag unterzeichnet hat, nachdem er sieben Jahre lang weniger Rechte hatte. Sie hatten die ganze Macht. Sie hatten unsere Arbeit. Und wir, wir hatten nicht mal einen Vertrag. Unser Vertrag lief mit dem Ende jeder Schicht aus. Wenn ich mal krank war, musste ich sie bitten, mir einen Tag freizugeben. Ich will nicht, dass man mich beschuldigt, nicht arbeiten zu wollen. Ich will nur unter korrekten Bedingungen arbeiten. Georges glaubt, dass die Arbeiter auf sich allein gestellt sind, ohne jede Unterstützung von lokalen oder nationalen Regierungen. Auf die Frage, ob die EU helfen könne, sagt er, sie müsse sich darauf konzentrieren, eine egalitäre Union zu schaffen. Wir haben alle die gleiche Währung. Aber in Frankreich ist der Mindestlohn höher als das Durchschnittsgehalt in Portugal. Der Mindestlohn, den niemand dort verdienen will. Es ist also eine große Lücke. Das ist es, was ich mir wünsche, dass Europa diesen Punkt überdenkt. Wenn es eine echte Union sein soll, dann muss sie ein Gleichgewicht erreichen. Und wenn wir über Löhne sprechen, sollten wir auch über den Verkehrssektor sprechen, das Gesundheitswesen. Ähnliche Modelle für ganz Europa. Wir brauchen einen europäischen Währungsfonds. Wenn es eine Union ist, ist es eine Union für alles. Sonst ist es keine Union. Georges will mehr Europa. Aber er sagt auch, er möchte, dass es anders wird, sein Europa. Ich glaube an Europa. Ich glaube nicht, dass es Portugal mit der Globalisierung alleine besser gehen würde. Aber bestimmte Dinge müssen sich eben ändern. Stubal war unser erster Zwischenstopp auf unserem Roadtrip in Portugal. Wir werden das Land weiter durchqueren und den Portugiesen zuhören, denen normalerweise kein Gehör geschenkt wird. Und wir werden kleine Dörfer in der Region Alentejo besuchen, unserem nächsten Ziel. Philippa Soares, in Setúbal, für die Euronews. Stubal, für die Euronews. Also, das ist ein Teil der Gäublez. Was geht mit der Euronews. Stubal, für die Euronews. Oh, ich lege diese Euronews. Und wenn es ein Teil der Euronews-Geräusche ist, dann wird es eine Euronews.